Die wesentlichsten Maßnahmen dieser Bundesregierung festsetzen und beschließen werden, nämlich Familienplus, Familienbonus. Das heißt, dass Familien pro Kind mit 1.500 Euro im Jahr entlastet werden. Es geht uns im Wesentlichen darum, und das ist ein Grundsatz dieser Regierung, dass wir einfach den Menschen nicht mehr so viel wegnehmen wollen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Deswegen auch diese steuerliche Entlastung. Das heißt, die Familien müssen dann um diesen Betrag pro Kind im Jahr auch weniger bezahlen an den Staat. Damit ist ein weiterer Beitrag gesetzt, um die Steuer- und Abgabenquote in Österreich auf jene 40 Prozent setzen zu können, wie wir das uns auch vorgenommen haben für diese Legislaturperiode. In den letzten Tagen wurde immer wieder kritisiert, dass davon nur Familien profitieren würden, die sehr, sehr gut verdienen. Das ist bitteschön nicht der Fall. Wenn wir in der Zeit ein bisschen zurückgehen, dann werden Sie sich erinnern, dass wir im Jahr 2000 das Kinderbetragungsgeld eingeführt haben. Damals auch in einer Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Und das war eine Maßnahme, die weit über die bisherige und damalige Familienbeihilfe hinausgegangen ist. Und jetzt kommt eben der nächste Schritt, die steuerliche, massive steuerliche Entlastung. Und in voller Höhe von diesen 1.500 Euro wird man auch bereits profitieren, wenn man 1.700 Euro brutto als Alleinverdienerin bezieht. Das heißt, wir haben wirklich darauf geachtet, dass auch jene in den Genuss dieser Erleichterung kommen, die es vielleicht, wenn man alleinerzieht, nicht so leicht haben. Und auch beim Alleinerzieherabsetzbetrag werden wir eine Erhöhung vornehmen. Und das wird auch im Raum einer Negativsteuer möglich sein. Werden auch entlastet, aber der volle Betrag, die vollen 1.500 Euro, kann man auf 1.700 Euro brutto. Das geht dann degressiv hinunter. Wenn Sie dann natürlich gar keine Steuern zahlen, Sie keine Steuern zahlen und auch der Partner keine Steuern zahlen, dann gibt es ja auch keine steuerliche Entlastung. Denn wir wollen ja schauen, dass die Menschen weniger Steuern zahlen. Aber ich sage noch einmal, die erste Maßnahme war das Kinderbetreuungsgeld, das wir gesetzt haben. Und jetzt wird auch zusätzlich zum Familienbonus der Alleinerzieherabsetzbetrag erhöht. Und damit ist klargestellt, dass es jedem und jeder nach dieser Maßnahme besser gehen wird.